Manuel aktuell. Jetzt geht's los. Hallo. Ja, ich bin unterwegs. Ich bring gerade diese Karten weg, weil die sollen noch weggeschickt werden. Da liegen ein paar Pferdeäpfel. Ja. Warum liegen die hier? Ganz klar. Weil hier Kutschen langfahren. Solche Kutschen, die dann ins Wattenmeer fahren. Ja, Kutschfahrten halt. Und die fahren dann auch auf der Insel Neuberg. So eine Insel. Da fahren die auch drauf. Ja. Und deswegen ist das so. Ja. 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 Die Karten drin. Gelehrt wird. Acht Uhr. Herrlich. So. Die Karten sind weg. Ich laufe zurück. Zu meinem Quartier. Ja, muss sein. Ich möchte gleich noch etwas erledigen. Oder machen. Oder zumindest versuchen zu machen. Damit ich morgen damit anfangen kann. Oder sobald ich Zeit dazu habe. Hm. Warum ich hier ab und zu gerade ausgucke, ist, weil ich auch schließlich, wie gesagt, nicht überfahren werden möchte. Weil hier auch geregelt Autos fahren. Und man möchte natürlich dann auch zumindestens heil ankommen. Deswegen wird das gemacht. Ja. Warum ich das T-Shirt jetzt, also den Pullover ausgezogen habe, weil es eigentlich ganz, ja, naturisch gut ist. Oder wie sagt man, weil das Wetter dazu geeignet ist. Nicht gerade kalt ist. Oder auch jetzt nicht warm ist. Sondern angenehm. Ja. Und deswegen machen wir das. Und deswegen habe ich das gemacht. Und. Ha. Das waren noch Zeiten. Oh ja. 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 Wie warm ist das? Wahnsinn. Ist doch ja geil, oder? Ja. Boah. Boah. Herrlich. Ja. Und so laufe ich hier. Und laufe ich. Hünftel. Ja. Wir waren unbefolgt da. Macht deine Mütte nicht überhaupt. Lass dich ihre Hände hoch. Zeit den Werder Stahl. Und ihn weiß da und hol in den Portal. Werder Bremen, lebenslang grünweit, der neue deutsche Meister kommt wieder mal vom Weserstrang. Werder Bremen! Ja, ein guter Verein. Na ja, jeder hat seinen eigenen Verein. Und jeder soll seinen eigenen Verein haben. Aber Bremen ist schon cool. Natürlich sind die anderen Vereine auch cool. Aber es gibt keinen, der so cool ist wie Werder Bremen. Ja. Werder Bremen, lebenslang grünweit. So, das war's nochmal wieder für heute. Ja, es wird dunkel. Ich werde jetzt wieder reingehen. Mal schauen. Was der Abend noch so bringt. Ciao. Das war Manuel Aktuell. Die neue Folge. Die neue Folge. Die neue Folge.